Heute achtet man darauf, das Energiepotenzial von Gebäuden optimal zu nutzen. Mit Engitec verwendet man nicht nur grüne Energie, sondern man hat auch Kontrolle über ihren Verbrauch. Im Gebäude liegt ein riesiges Potenzial für die Nutzung von grüner Energie. Und das nicht nur für Eigentümer, Mieter können auch von grüner Energie profitieren. Engitec misst, sammelt und bereitet Energieflüsse vor. Michel ist ein Vorreiter des Eigenverbrauchs von Sonnenstrom in Mehrfamilienhäusern. Mit ihm konnten wir sehr schnell die neuen Regeln umsetzen und er hat sich sehr stark für die Nutzung von nachhaltiger Energie engagiert. Das Haus fungiert als kleines Kraftwerk. Das bedeutet, dass er sich selber mit Strom versorgt und nutzt die Außenluft als Energiequelle. Außerdem können die Einwohner vom Haus Sonnenstrom direkt vom Dach beziehen, wenn die Sonne scheint. Wir benutzen digitale Zähler und diese Zähler sind zu einer Cloud-basierten Plattform verbunden. Das erlaubt, alle Energieverbraucher an einem Ort zu sammeln. Auf der Plattform von Engitec kann der Vermieter selber Energierechnungen erstellen. Der Sonnenstrom muss nicht mehr ins Netz eingespeist werden, er kann direkt im Haus verbraucht werden. Mit der Technologie von Engitec bin ich der Stromlieferant im eigenen Gebäude. Als Architekt hat man immer mehr mit Kennwerten zu tun, mit Planwerten. Das ist für mich natürlich eine Möglichkeit zu sehen, wie sieht es in Wirklichkeit aus. Man kann jederzeit einen Hinblick oder einen Rückblick auf seinen Energieverbrauch haben mittels der App von Engitec. Das ist der Grund, wieso wir die Technologie ausgewählt haben. Für viele junge Paare ist grüne Energie ein wichtiges Thema. Mit Engitec haben Sie natürlich die Möglichkeit, bewusst auf Ihrem Energiehaushalt zu achten. Für viele Jungen sich die Technologie zu achten. Für viele junge Paare ist GD. Die Technologie von Engitec, die Technologie von Enkel und unterrichtagen sind. Das ist aber auch wichtig, dass die Technologie von Engitec.